So, alles klar. Geh weg, du Scheiß-Polle. Was? Geh, da will kein Limmchen, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zurück zu einer Folge Lecky-Blogs! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und boah, es ist eeeewig her, dass ich die letzte Folge gespielt habe. Und ich freue mich daher sehr, dass ich jetzt wieder mit meinem kleinen Stuckelchen hier auflegen kann. Und wir haben auch speziell für euch, ja, weil ihr ja anspruchsvolle Zuschauer seid, neue Spyro-Blogs, ja, wo ganz viel neuer Scheiß drin ist. Die haben wir ja noch nie gehabt, die Spyro-Blogs. So viel Neues. Ja, aber da ist halt echt viel Neues drin und ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass ich vermutlich verlieren werde, ja, weil ihr wisst ja immer, der, der aufnimmt, der verkackt meistens. Ja. Aber ich hoffe, dass ich schönen, geilen, interessanten Staff kriege, den ihr euch anlooken könnt. Und von daher würde ich sagen, starte ich jetzt mal mit meinem geilen Handy, einfach die Aufnahme. Super, super, super. So, 10 Minuten und los geht's. Oh. So, Aua, hammergeil. Aua. Erstmal hier so einen fetten Spacken. Oh, ich brenne schon wieder, was soll das? Was, worauf, worauf brennst du denn? Brennst du auf diese neue Folge? Oh, Baby Bob, Baby Bob. Was ist denn das für ein Teil? That's awesome, Baby Bob. And more. Vielleicht, wenn du den, vielleicht, wenn du den killst, kriegst du vielleicht die Axt? Ja, ne, wie soll ich den killen? Ich hab nix. Wo kommt die scheiß Mucke eigentlich her? Hallo, Bob. Ich sperr dich mal hier unten ein. Ich will doch nicht so lieben. Irgendwo, irgendwo kommt Mucke her. Ich muss die Mucke mal ausstellen. Oh, das ist meine Hauptbefehlmucke mit der Grundschule. So, hier. Oh, hier brennt schon wieder alles. Das ist klar. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Ja, also. Was gibt's Neues bei dir? Du bist umgezogen, ja? Das haben wir mittlerweile rausgefunden. Achso, ja. Ja, ich bin umgezogen. Nice. Ja, Mann. Voll nice. Und bei mir gibt's... Achso. Aua! Ey, wieso schickst du den Bob jetzt zu mir rüber? Als ob ich den zu dir schicke, der kommt zu dir, du Lappen. Du Lappen. Wenn ich kurz gekillt wurde, da hat der ja eine andere Direktion. Oh, nice. Weil der sieht ja dann nur noch dich und deswegen rennt der zu dir. Verstehst du das? Ja. Ich hab jetzt gerade Potions bekommen, aber die haben Lack minus 100. Das interessiert mich. Das ist ein bisschen älgerlich. Ah! Okay. LOL! Ich surfe auf einem Geist! Echt? Ich bin in dem Geist drin! Ja, Mann! Alter, was geht's hier an zum Teufel? Das sieht cool aus. Alter Schwede! Oh! Ihhh! Geh weg! Das war... Es tut mir leid. Oh Mann! Aber das war gerade ein bisschen abgefahren, was abging. Was ist das hier? Super Mystery Potion. Boah, ich merk schon, ich muss jetzt gleich wieder richtig hart abnießen. Ja, dann mach das doch. Dann mach das doch, Babi. Oh! Oh, was ist denn das denn? Leute, was ist... Was hast du denn schon wieder bekommen? Ich hab irgend so ne heftige Waffe bekommen. Wow, ich auch. Fängst du mit Thea? Äh, ne. Also, ja, das erste Wort, ja. Oh, hast du bekommen? Was ist das denn? Warte mal, ich brauch mal irgendwie Vieh zum Testen. Ja komm, hau mich mal. Hau mich mal. Leute, du witterst mich mit dem Ding. Und vor allem macht das doch viel Schaden. Oh, das ist natürlich Danke, dass du mir das gesagt hast. Ja okay, der hat nur Bullshit. Aber voll nice. Was ist jetzt für geilen, neuen Scheiß... Das ist echt so. Hug me. Okay, ja und jetzt... Wie viel Kram es hier gibt, ich verstehe den gar nicht. Ja, auf jeden Fall, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute an vermutlich, ich weiß nicht welcher Tag das ist. Vielleicht ist es Freitag, vielleicht ist es auch ein anderer Tag. Aber, bald kommt wieder ein Livestream. Den habe ich auf jeden Fall, den will ich mir schon mal zurück... Ja, aber es hat Spaß gemacht. Und da würde ich dich jetzt erstmal voll offiziell hier einladen, ob du nicht Bock hast, beim nächsten Livestream mit dabei zu sein und eine Runde Lucky Blocks mit mir zum Beispiel zu spielen. Ja. Oh, das ist aber... Also wenn du möchtest. Also du, wenn du möchtest, verstehst du? Du musst nicht, aber ich würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Ja, sonst gibt es im Bett so ein bisschen Stress. Ja, ich komme natürlich gerne. Nice! Was sagst du denn? Ähm, ja, alles Mögliche. Also ich habe... Maremec habe ich versucht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Ansonsten habe ich Counter-Strike gespielt. Also würde ich ja gerne auch mit dir zusammen spielen. Aber ich weiß nicht, was für ein Rang du bist. Ich bin jetzt sechs Wochen raus. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja mit Community gespielt. Heißt also, das geht auf jeden Fall immer klar. Da kannst du auch dabei sein. Dann muss ich auch mal anzahlen, vor allem anfangs zu streamen. So lange, wenn du jetzt anzahlenst zu streamen. Ja, siehst du, dann können wir uns gegenseitig immer als Gäste einladen. Oh, wir kennen ja sonst kein... Ja, richtig. Okay, ich bin jetzt... Nee, aber das wäre auf jeden Fall cool. Ja, gerne. Würde ich mich ja freuen. Nice. So. Ich habe hier eine... Okay, da ist irgendwie ja nichts Schaltes mehr drin. Ah Alter. So. Ja, komm, verpisst euch. Verpisst euch! Ja! Okay, alles klar. Ich habe hier fünf Millionen Schafe, die einfach... Okay, perfekt. Geil! Ganz viele Diamanten. Also bei mir sieht es mal wieder zehn Milliarden mal besser aus. Jetzt! Ich liebe es. Ja? Hast du geilen Stuff bekommen? Bis jetzt? Ja. Also ich habe halt die krassen Waffen so. Ich weiß jetzt nicht, was die alle können. Ich werde die einfach mal alle ausprobieren. Also ich habe auch die eine oder andere coole Waffe, aber ob sie letztendlich dann auch was geiles... Alter, wie viele Viecher hier schon wieder sind, man? Und ich möchte gerne bitte, dass Tag ist. Tag. Oh! So. Okay. Ja, ich habe einen Eistyp gespawnt. Äh... Point... Okay. Das ist krass. Das ist krass. Da muss ich gucken, dass ich da so ein bisschen das taktisch nutze. Das taktisch. Endlich so schön. Alter! Ich spawne dir die Hardcore-Strukturen einfach. Eine Struktur nach der nächsten. Pass auf, ne? Pass auf! Ah, es brennt! So, Moment. Pass auf, was du tust. Nicht, dass nachher wieder der Server-Room meckert und sagt, ne, ich hab gar nicht gewusst. Ja, ich bin scheiße. Ne, 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 alles cool. Alles cool. Okay. Alles cool. Ich hoffe jetzt nur, dass ich vielleicht noch irgendwas geiles kriege. Nein, kriege ich nicht. Ich werde jetzt erstmal sterben. Hm. Okay, dankeschön. Okay. Das wird in der Dort ein spannendes Battle werden. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein spannendes Battle werden. So. Boah, ich weiß ja nicht, wie man die Kack hier benutzt. Was ist das denn? Ach so, Slime Kings Castle. Hm. That's the reason why I'm king of my castle. Boah, Alter, der Song ist auch sowas von hardcore alt. Ne. Ich überleg grad, wie ging der Song. Let's be the reason why I'm king of my castle. Ja, das kennt man auf jeden Fall. Ja. So, ich bin übrigens fertig. Hey, Harry. Okay. Ja, Moment. Ich bin auch gleich fertig. So. Ja. Ich steh hier. Ich steh am Gate. Ich bin auch gleich fertig. Wobei, ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu bauen, ne? Doch. Einmal das. Und dann bin ich ja rein theoretisch schon fertig. Ja. Das Mineralwasser ist so toll. Die Hänsefutter-Schlossquelle würde ich jedem empfehlen. Komm, doch. Boah, nice. Ach, klar. Okay. Das hier rein. Das hier rein. Ja, liebe Zuschauer. Ihr könnt live dabei sein, wie ich hier mein Inventar am ordnen bin. Und wer dir zuschaut, trägt ein bisschen Gäsefutter. Schlossquelle-Klasse. Ja, aber ich glaube, ich werde eine Kombo aus den beiden machen. Ja, ich glaube, das dürfte funktionieren. Plus das hier. Dann wollen wir mal gucken, was drin ist. Ja, also ich bin auch fertig. Ich werde jetzt erstmal mein geiles Ding hier stoppen. Löschen. So. Das Gäsefutter-Schlossquelle. Das interessiert einen Toten. So. Bist du ready? Geht mir das grad durch? Ich bin gespannt. So. Ja, ich bin fertig. Okay. Warum regnet das? Warte. Nein, hier. Kack. Regen. Okay. Weil schlechte Wetter wird nicht gestritten. So. Ja, ich bin fertig. Dann würde ich sagen, erste Runde. Go. Go. Was ist das denn? Jan! Jetzt ja. LOL, ey, wie er mich einfach fertig macht. Hast du überhaupt Schaden bekommen? Ja. Schon. Will ich auch wohl meinen, ey. Alter, der Hammer ist voll nice. Guck mal, wie das aussieht hier so hinten. Ja. Für Purschen. Für Purschen, Alter. Ja, okay. 1-0 für dich. Prints of Purschen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, ja, jetzt. Okay, alles klar. Dann go, go. Okay, alles klar. Hadi. Ade. Oh, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Nein. 2-0. Ey, ich hab, du hast wahrscheinlich Knockback Resistance. Ich hab einen Knockback 6 oder sowas auf dem Schwert drauf, aber da ging ja gar nichts. I don't know. I don't know. Okay. Aber zumindest kill ich mich jetzt und du sagst, wenn du befertigt, wenn du befertigt bist. So lange kann ich ja die Gänse vor der Schlossquelle weiterempfehlen, denn die steht hier auf meinem Tisch. Okay, ich guck mal in mein Dings rein. Ja, okay, 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 ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Achso, oh, ja. Mann. Ja, okay. Okay. Ja, komm her. Komm her. Ich hab noch nichts gesagt. Ja, come on. Trink doch deinen scheiß Trank, Mann. Ja, mach ich. So, jetzt. Ja, komm. Ja, komm. Komm, komm, komm. Fick dich. Fick dich. Oh, shit. Shit, shit, shit. Mann. Ich hab mich mit meinem eigenen Trank selbst getroffen. Scheiße. Ey, du lebst immer noch. Boof, 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 boof. Alter, wie du einfach nicht stirbst und du killst mich trotzdem. Ach ja. So was von übertrieben. Ey, kann ich mal bitte das Schwert sehen? Kann ich mal bitte das Schwert sehen? Warte, warte, warte. Das ist so ein Chainsaw Schwert, ne? Ja, der zersiegt dich. Aber das geile ist. Aber warte mal, du hast auch die Chessplate. Das ist die 130% Tag Damage. Ja, weißt du, was das witzige ist? Guck dir mal die Stats von meinem Hammer an. Ja, mach mal. Äh, hier, da. Das Ding ist ja auch ganz schön riesig. Der macht 15 Damage. Wow, okay. Alter, wie riesengroß das Ding ist! Boah, ey, so'n Hammer hab ich auch in der Hose. Krass, dass du so heftig, dann ist da ne Chessplate vielleicht ein Bild. Krass, dass ich damit so schnell schlagen kann. Aber du kannst damit richtig schnell zuschlagen. Ja, aber du hast, du hast die Hosen noch. Das ist das Wichtigste. Ja, und ich hatte auch ein paar Äpfel. Da ist halt der halt das Leben gerettet. Jaaa. Ja, da machst du nix, ey. Da hab ich 0 zu 3 verloren, ey. Da kannst du selbst mit so'n Riesenhammer manchmal verlieren, ne? Ja, das stimmt. Und ich hab auch gelogen, ich hatte nicht eineinhalb Herzen. Ja, scheiße. Haut doch mal ab, ihr scheiß Költer! Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt euch ein kleines bisschen unterhalten gefühlt. Ja, das war der Hammer, oder? Und wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann lasst doch eure Bewunderung da. Egal in Form eines Kommentars oder eines Likes. Oder indem ihr eurer Mutter einfach einen schönen Kaffee macht. Ja. Oder per Paypal. Spendet 50 Euro. Ja, genau. Spendet 50 Euro. Genau. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder entscheidet. Wenn es wieder heißt, Lucky Blocks, Hardy. Mew! 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 Mew!